. Genau. Meine Schenke drüber. Danke für das Ding. Alles für den Graf, ja. Also das ist der Vordergrund, wahrscheinlich. Das ist der Vordergrund. Wir kommen dann. Und unser Bundespräsident hat doch gesagt, jetzt haben wir Indien gefahren. Wir haben Indien und haben gesagt, es gibt noch Platz. Und das stimmt auch. Und die Indiener können gerne kommen. Und ich denke, wir werden jetzt auch nur 100 Millionen kommen. Das ist schon eine Hausnummer und das bekommt jetzt die Indiener nicht. Es ist eine Pippo. Jetzt haben wir auch schon mal dritten. Das ist wenigstens das muss ich weiter fahren. Wir kennen schon hier zwei Pferde, die brauchen wir aber nur in der Sand hier. Genau. Da. 16.04.2014. Und tschüss.